In der Früh um fünf Uhr aufzustehen und Brote zu schmieren, geht nur bis zu einer gewissen Anzahl an Broten, weil wir dann selbst zur Schule müssen. Am Anfang kann man es nicht und man muss das lernen. Und wir als Pausenbox gehen davor und bieten ihnen eine sehr einfache, sehr naheliegende Lösung. Du bist jetzt die Super-Mood-Macherin. Jeden Konsum, den man tätigt, war eigentlich eine große Reichweite man mit hat. Ich glaube, das gibt einem auch Mut, wenn man sieht, okay, die anderen schaffende, dann kann ich das auch schaffen. Das ist ein extrem schönes Gefühl. Das ist nicht alles nur Regenbogen. Ziemlich viele Erfahrungen gesammelt, beispielsweise Sponsoren anrufen, dass die Farbkombination der Box eine wesentliche Rolle spielt, dass Unterstützung gar nicht so weit weg ist. Man muss nur danach fragen. So unser Ziel, dass wir einfach wirklich mit den Volksschülerinnen direkt arbeiten können. Das hört sich fantastisch an.